Ich habe das geschafft. Hier gilt es wieder ein kleines Rätsel zu lösen, aber es ist kein wirkliches Rätsel, es ist halt auch einfach Teil der Story. Deswegen habe ich das hier abgekürzt. Wir müssen halt runter ins Wasser schwimmen, holen dort die Palette raus und bringen Elli auf die andere Seite von diesem Damm. Das ist soweit schon mal klar, wie gesagt, das ist ganz normales Story. Und dann, wenn wir Elli rübergebracht haben und mit ihr gemeinsam es bewerkstelligen, das Wasser zu überqueren, ganz ohne zu schweben, sondern ganz normal mitgehen, dann hebt sie die Hände für einen High Five oder besser gesagt die Hand und möchte von uns einen High Five haben. Und jetzt ist man normalerweise so nett und schlägt natürlich mit ein. Und genau das dürfen wir nicht machen. Das ist das Einzige, was hier bei der Trophäe zu beachten ist. Ihr gebt ihr keinen High Five. Und deswegen könnt ihr das Ganze auch über Kapitelauswahl sehr, sehr schnell nachholen, weil es ist wirklich fast direkt am Anfang von Kapitel 7. Hier sind wir echt nur ein paar Meter durch die Gegend marschiert. Und dann können wir bereits hier rüber gehen. Wir haben vorher hier schon einmal das Rad bewegt und jetzt hier hält sie die Hand hoch und wir ignorieren das Ganze so lange, bis die Trophäe kommt. Das war's. Mehr ist nicht zu tun. Ich hoffe, das kleine Video war hilfreich für euch. Das war interessant für euch. Wenn ihr es war, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, überpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Vorbeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie. Das ist ein High Five. Das dauert fünf Sekunden. Das dauert fünf Sekunden.